Über 20.000 Stücke von unschätzbarem Wert, die im Laufe der Jahrhunderte durch Geschenke, Spenden und Votivgaben zusammengetragen wurden. Es handelt sich um den Schatz von San Gennaro, der seit fast 500 Jahren in der Kathedrale von Neapel aufbewahrt wird. Heute ist er einer der wertvollsten Schätze der Welt und auch einer der am besten zugänglichen für Menschen mit Einschränkungen. Nach der Beseitigung architektonischer Barrieren und der Einführung von Videoguides mit Gebärdensprache bietet das Museum auch blinden und sehbehinderten Menschen die Möglichkeit, die Ausstellung zu genießen. Die Bischofsmitra ist eines der wertvollsten Stücke der Schatzes. Sie wiegt 18 Kilo und ist mit fast 4000 Edelsteinen besetzt. Ihre Reproduktion in 3D ermöglicht es jedem, ihre Schönheit zu bewundern. Der Erkennung an der Kunst bedeutet für uns Autonomie, Freiheit, Freiheit. Das bedeutet, dass sie zusammen sein. Die Reproduktion tridimensionaler der Mitra bietet uns in der Kondition, dass sie wirklich die Wichtigkeit dieser Mitra beurteilen. Wie andere kostbare Artefakte wurde auch die Halskette von San Gennaro auf einer Reliefplatte gescannt, die zehn verschiedene Prägehöhen aufweist. Proprio per dare la sensazione a una persona che non vede quanto l'anello sporga rispetto al grande smeraldo, rispetto alle altre pietre. E sotto ci sta la descrizione con un numero di tutti i doni fatti al santo, sia in lingua nostra, sia in braille. Sento tutto, innanzitutto, tutto il contorno della pisside, die mir spiege die Formen, das ist eine Coppa mit dem Coperchen, wo sich die Ostie conservieren. Und dann kann ich alles erkennen, wie der Merletto, von der Artikel, mit den Petren Pezziose. Ein Werkstatt des Kuratoren des Museums des Tesoro di San Gennaro, auch über die Accessibilität für Menschen mit irgendwelchen typischen Disabilität, hat das Museum zu passen, von 70.000 Visitanten von zwei Jahren zu einem 90.000 Visitanten, Und wir sind nur am Anfang November. Und wir sind nur am Anfang November.